So Freunde, was geht? Battlefield 1, der Shot eben mit dem Artillerie-Geschütze über die komplette Map und dann auch noch Headshot. Das war einfach nur holy shit, das war ziemlich nice und ihr habt mir noch viel, viel mehr von solchen Clips eingesendet. Vielen Dank dafür, Freunde. Falls ihr noch irgendwas in der Richtung habt, irgendwelche lustigen Clips, irgendwelche krassen Clips, könnt ihr mir die gerne einsenden. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Wirklich vielen Dank, dass ihr mich hier bei diesem Format so heftig unterstützt. Freut mich mega. Freunde, ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Wenn euch das Video gefällt, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Was? 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 Was war das gerade von mir? LOL. Was? Was war das gerade von mir? LOL. happy insideita. happy insideita. Wir haben einen Einzettel-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn. Wir haben einen Einzettel-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn. Wir großen Fahner haben, sie sich wieder auf der Mitte, von dem die Wink-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn am Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn. Wir haben einen Spitzel-Bahn-Bahn im Auftragsschleifflüggen. Wir haben eine Fahner-Hausz gesetzt. Nein! Nein! Ja, der ist da hinten! Ach so, nein, ich bin nicht weiter! Stopp, das ist nicht. Nein! Das war's für heute. Das war's für heute.